Strecke Maverick. Das ist die härteste Strecke, die der Wald hier zu bieten hat. Keine Ahnung, ob das jetzt eine gute Idee ist. Also, ich versuch's einfach mal, aber wird mir nicht das Genick brechen. Wow, das ist klar. halt da, halt da Untertitelung des ZDF, 2020 Was ist das? Ah, ah. Ah, ah. Ja, alles klar. Rollstuhl wollte ich noch nicht setzen. Hier geht es ums Überleben. Hier geht es ums Überleben. Es ist ein wahnsinnig krasses Workout. Oh Gott. 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 das ist kein deutsch besser das ist kein deutsch besser als die letzte ihr seid doch wahnsinnig ihr verrückten franzosen ich hatte sowas in erinnerung da war es das gleiche sorry aber ich werde meine klicksal nicht mit genickbruch erhöhen anstrengend ist es trotzdem die 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 All right. So, schauen wir mal, dass es ist, so übersteigt meine Fähigkeit. So, schauen wir mal. 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 Einfach mal so. So, schauen wir mal.